Buchfühlung zu gehen. Für Katrin unvorstellbar. Jedenfalls mit Knubbel. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das geht nicht. Das ist ja nichts gewesen, oder? Nein, aber ich kann es einfach nicht. Das geht nicht, das kann ich nicht. Ja, wenn man einmal so eine Aggression gegen sowas hat, verstehe ich das. Ich verstehe das, Katrin. Wenn man einmal so eine Aversion hat, da kann man sich nicht gegen... Da kann man nicht aus seiner Haut heraus. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist einer totalen Ekel. Panik, ich kriege da Panik. Verstehst du? Richtige Panik. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich kriege da Panik. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Dir macht das total Angst. Das hat sich Stück für Stück aufgebaut. Nein, aber wo das allgemein herkommt, weißt du? So bei mir. Aber ich verstehe das. Da hat man einfach eine Aversion gegen und dann ist sowas schon zu viel. Okay, ich verstehe das. Wirklich. Aber schau mal, bei so einem Fix-Pack, da stehen drei Leute auf den Dingern unten. Wenn er hier steht, hier Kalle und hier Eddie steht, dann kannst du nur auf Kalle und Eddie. Dann hast du damit gar nichts zu tun. Katrin, ich habe doch keinen breiten Arsch, ne? Na, klar. Na, Logo. Ja, aber wir sollten das erklären. Wir sollten das vorhin erklären, dann sagen, Jan, hier, weißt du, wie das rüberkommt, auch für ihn? Ja. Das kann ich doch nicht sagen. Ich kann doch nicht sagen, da kann ich einfach nicht, sondern, weißt du, wie ich meine? Mhm, ich weiß was nur. Das checken die doch dann auch. Die halten mich doch alle für total bescheuert. Aber wir müssen uns halt einfach dann so, ja, stimmt was, Sessi, sagen wir, wie willst du das erklären? Wie soll ich das erklären? Ich kann es nicht. Ich will das auch gar nicht, dass sie das alle wissen. Schattel, komm her. Wie soll das allgemein dann weitergehen, verstehst du? Aber meinst du vielleicht, das ein Gespräch mit ihm? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Und ich will auch, ich will auch hier eigentlich gar nicht über das ganze Thema reden, weil das... Vielleicht wäre das trotzdem das Beste, denn ohne die Dinger...